so hallo wir machen weiter beim super mario maker letztes mal haben wir festgestellt dass es ganz viele rasierer level gibt die gespielt werden wollen theoretisch wir gucken mal und fangen einfach mal mit i see you running an i wanna see you running hat bisher auch schon jemand geschafft also der erste clear schon mal nicht unserer und also weltrekord ist er selbst hat gebraucht 50 sekunden alles klar dann sollten wir da doch mal gucken was da so passiert da ist super mario 3d land ist könnte ich mir fast vorstellen dass er diese speed plattformen eingebaut hat wegen warning ja ich dachte ich muss mich hochdrehen oder so oder reicht dann jetzt normaler sprung ich kann mich gar nicht drehen wenn ich das so springen oder was alter wie das ich dachte ich muss mich so drehen aber das geht auf den plattformen gar nicht oder aber wahrscheinlich guckt weil wenn ich mir den bogen so angucke der bogen könnt genau drüber gehen nur die frage ist wo springt man los da war schon zu spät aller vor allem warum drehe ich um ich sollte wahrscheinlich einfach wirklich nur springen das war jetzt ungefähr von der mitte der dritten plattform ja also vor der plattform abspringen vor der dritten plattform mal abspringen ja das sieht schon besser aus ok ja das funktioniert ok vielleicht noch mit einem dreher hinterher und dann zieht es mich in die andere richtung warum das denn hallo so langsam chill oh gott man kommt in die tür rein kommst du überhaupt nicht zur ruhe oh gott da unten ist was ach so ah jetzt komme ich da nicht mehr jetzt ist die box weg da kann man nur einmal runter ah mist ah mist ok das heißt die coin will ich gar nicht ich will ich will durch die tür das habe ich auch nur einmal jetzt geschafft oh gott oh gott oh yes So, ich wollte springen. Warum habe ich es nicht rechtzeitig geschafft? Ich wusste doch, was kommt. Wer kann nicht rechtzeitig reagieren? Es geht nicht. Wo ist der P-Switch? Wo ist der P-Wass? Wo ist der P-Wass? Wo ist der P-Wass? Muss ich da eine Zeit lang hin und her und der kommt irgendwie runter oder? Keine Ahnung. Aber ich komme, wenn ich... Ne, wenn ich da rüberspringe, ist es vorbei. In die andere Richtung könnte ich mal gucken, aber... Wow! Ne, dass ich da rüber mal springe, aber da ist ja auch... Hä? Das ist in der Luft irgendwo da... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo da ein P-Switch sein soll. Ne, okay. Schönes Level. Schaue ich mir vielleicht mal ein Video an und dann mache ich das nochmal. Das war... Das war... Das war... Das war schon mal nix. Das hat schon mal nicht funktioniert. Okay. Wo ist das nächste Rasiere-Ding? I wanna use the ability VVVV. Ich meine, ist klar. Da geht es dann um den Kopf. Also, es steht alles auf dem Kopf. Wenn ich das schaffen würde, wäre ich der Erste. Mal gucken. Wird nicht passieren. Wird nicht passieren. So. Alles ist noch normal und jetzt wird gleich alles auf dem Kopf stehen. Ja, Mensch. Hat mit VVVVV jetzt nicht so viel zu tun, weil... Oh Gott! Weil bei VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Ich hätte schwörn können, dass es passiert. Meine Herren. Okay. Und jetzt da oben rein. Ja, genau. Geh doch einfach in die... Mario. Geh doch einfach in die Röhre. So. Was jetzt? Da wäre die erste... Oh Gott. Da ist der erste Checkpoint. Ich muss nur den Sprung noch schaffen, dann bin ich beim ersten Checkpoint. Was? Das werde ich doch wohl hinkriegen. Nur den einen Sprung da hoch. Dann bin ich beim ersten Checkpoint. Alter. Ich komme mir schon wieder dumm vor hier. Ich muss mir das Neustart-Ding abgewinnen, sobald wir den Checkpoint haben. Alter, geh doch... Wie man aggressiv wird. So. So. Einsprung. Es ist nur... einschwung die frage die ich mir nur stelle ist kann ich den kann ich den aus dem stand machen oder muss ich dafür schwung haben alter ich bin zu blöd jetzt gerade schon wieder gemacht so vorsichtig ich glaube halt nicht dass das so ganz ohne schwung geht das ist mein problem ja irgendwie so ein bisschen mehr noch nach außen und dann sonst so ein bogensprung machen irgendwie so warum macht man denn so ein quatsch warum geht man denn dann plötzlich in die andere richtung also das ist ja okay so ein fail das ist ja gerade in ordnung aber dass ich dann so zurück in die stachel laufe sowas verstehe ich nicht das mache ich immer wieder in jedem spiel mache ich so ein mist ich verstehe es nicht es ergibt keinen sinn dass man plötzlich da in die andere richtung drückt warum sollte man das tun ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig okay 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 das hat nicht hingehauen das hat nicht hingehauen aber wir haben gesehen es geht und wir haben gesehen wie es geht ich kann es aus dem stand hier raus sozusagen machen ich muss nur so einen kleinen bogensprung hinkriegen jetzt ein bisschen schwung ja okay kriegen wir hin kriegen wir hin alles gut kriegen wir hin ersten checkpoint kriegen wir was danach kommt keine ahnung aber den ersten checkpoint kriegen wir chill so und jetzt wieder klein klein sprung klein sprung also das klappt ja ganz gut ich muss jetzt nur einmal den sprung schaffen dankeschön ich sage ich ja das war halt wirklich jetzt nur so eine frage der zeit okay jetzt nicht mehr neu starten ganz wichtig okay was muss ich jetzt also da will ich die münze nicht ich will da runter dann kann ich jetzt nur hier lang jetzt will ich dadurch diese lücken das ist zum glück ungefährlich nur nervig was heißt ich muss es immer wieder machen wenn ich jetzt sterben sollte irgendwo jetzt muss ich da einen sprung raus machen ja dann darunter okay jetzt hier mit kleinen nur durch wenn ich zu hoch springe wo ich habe keine ahnung wohin aber dadurch anscheinend das der nächste check point wie wir ja auch allerdings kriegen wir ja auch den checkpoint das war jetzt ja nicht so schwer das war ja nur diese eine sprung da wo habe ich mich vor checkpoint schreck erstmal verschluckt jetzt muss ich ja nur rüber kommen easy als ich den gesehen habe war ich super motiviert eieieiei als zum glück hat er hier den vorher gesetzt wenn ich da jetzt durch die röhre mit anlauf und dann würde ich das versauen Da ist das Ziel! What? Let's go! Was ist das los? Okay, erstes Rassierer-Level geschafft. War aber jetzt wirklich nicht so schwer, muss man dazu sagen. Verstehe ja nicht, dass ich der Erste bin, aber gut. Seit wann ist denn das oben? 22.2., es hat noch keiner geschafft. Das ist doch jetzt echt nicht schwer gewesen. Aber es haben nicht so viele gespielt. Er schafft es in 41 Sekunden, alles klar. So, okay. I wanna go each way for Metroid. Das könnte natürlich jetzt ein riesiges Level werden. Wie lange hat er gebraucht? 5,59. Ich habe Probleme. Ich habe ein Problem. Okay. Aber das Zelda-Level, was da dazu kommt, wird auch lange sein. 251, okay. Was machen wir als erstes? Metroid oder Zelda? Machen wir erst Zelda. Metroid im nächsten Part, würde ich sagen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Metroid so wie in dem einen Iwona-Guy-Dings-Spiel, dass es da so ein riesiges Metroid wird. Keine Ahnung. Aber wenn man natürlich schon den ersten Schalter nicht trifft, dass es noch nicht mal schwer ist, ist das natürlich so eine Sache. Oh, guck mal, da ist die Karte. Also es ist tatsächlich wie die anderen auch, wie die anderen Zelda-Dinger auch aufgebaut. Mit Karte und Kram. Ähm, ciao. Und ciao. So, dann gehen wir da durch. Easy. Easy. So, das war das. Den kann ich erledigen. Komplett verlustfrei. So, die Münze interessiert mich nicht weiter. Okay. Kritischer Sprung. Passt aber. So weit, so gut. Ich mach's jedes Mal, ne? Aber wie ist denn jetzt das Rennen? So ist das Rennen. Okay, zum Glück trollt er hier nicht. Äh, wo rollt die hin? Okay. Was ich jetzt nicht verstehe. Man soll wahrscheinlich die Kugel da reinrollen lassen, aber ich kann's mit dem Bogen ja auch machen. Also das hab ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Also das hab ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Egal. Wow, 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 wow. Vorsichtig. Ich wollte nicht rennen. So, und hier ist jetzt... Wenn ich den auslöse, komm ich wieder nach oben zurück. Aber das ist, glaub ich, nur für die Coin, für die eine. Hier ist der Checkpoint. Nice. Was muss ich jetzt hier tun? Ich muss irgendwie die Pflanze dafür dazu bekommen. Ach so, ja, klar. Easy. Er bleibt ja gedrückt, ne? Jetzt könnte man sich sozusagen hier die Coin holen. Und so weiter. Und wenn wir jetzt den on-off noch drückt, komm ich an die, an die... Okay, also haben wir jetzt schon ganz viele Räume geschafft. Das sind nur noch, äh, ein paar Räume übrig. Und wir haben den Checkpoint. Sehr schön. Gefällt mir. Okay, da muss ich jetzt... Äh, das wird interessant. Da muss ich jetzt den hier machen. Ja, genau den hier. Gut, dass da ein Checkpoint war. Danke dafür. Puh. Vor den schwierigen Stellen hat er dann doch ein Checkpoint gesetzt. Das ist ja schön. Oh, Mist. Ich dachte, das reicht. Äh. Ja, wie geht denn das dann? Ja, wie geht das denn dann? Wozu brauche ich überhaupt den? Ich komme doch auch so hier hin. Hä? Ich brauche die Plattform gar nicht. Yo. Oh, okay, aber das ist cool. Das ist jetzt ja einfach nur abschießen. Mit ein bisschen Skill. Nicht available. Ich habe ich gefühlt und endlich versuche. Aber ich stand dafür auch ganz schlecht. Das muss man direkt von da machen. Ah, okay. Ah, okay. Ja, okay. Dann... Ich habe es einfach falsch gemacht. Dann habe ich nichts gesagt. Dann ist das ja doch simpel. Ja, easy. Ja, easy. Ich habe mich einfach... Ich war einfach mal wieder super dumm. So. Okay, die wollen wir nicht erledigen. Wobei, hä? Hä? Warum sollte ich den on-off... Ne, ich will den on-off nicht drücken. Ich will die weg haben. Oh, die gehen... Gehen die mit dem Schwert weg? Ja. Hä? Hä, warum sollte ich dann... Oh, will ich den vielleicht... Ja, keine Ahnung. Hier ist jedenfalls der Checkpoint. Okay. Cool. Ich glaube, das war die Falle, dass man den on-off drückt und dann versaut man sich damit oder so. Keine Ahnung. Ah, das muss ich anders timen. Aber das ist ja nice. Wir haben den nächsten Checkpoint. Let's go. Und jetzt kommt nur noch einen on-off. Und dann geht es zum Bosskampf. Cool. Sehr cool. Sehr cooles Level. Nein, die will ich... Die will ich kicken. Ich will die so, äh... Also ich will da die Bombe drauflegen und dann will ich so den hier machen. Also jetzt natürlich... So natürlich nicht. Ja, so auch nicht. Alles, bleib dir die ganze Zeit da drin hängen. Alles. Aber dann so, dass die Wand halt mitgenommen wird. Alter. Die Theorie ist mir klar. Ich krieg's nur nicht hingesetzt. Ja, so. Und jetzt wird's halt explodiert. Mist. Ah, zu langsam. Alter! Nicht dumm. Nicht dumm. Nein! Wieder nicht. Bald zu spät, Kollege. Oh, jetzt bleibt's wieder da drin hängen. Wie gibt's das denn? Und das muss ich jedes Mal machen, wenn ich sterbe, weil der Checkpoint davor ist. Aber okay. Wir kriegen das hin. Zurück! Oder kann ich die von hier auch darüber werfen? Nein. Nicht so, wie ich das gerne hätte, auf jeden Fall. Alter! Alter! Oder mach ich auch was Grundlegendes hier falsch? Ich dachte, das funktioniert so. Nein! Das hätte sein können. Nur noch ein bisschen mehr Time in das Ganze. Okay. Bisschen später noch. Aber im Grunde habe ich's, glaube ich. Mir macht nur die Zeit gerade Sorge. Nein! Jetzt bin ich abgerutscht. Alter! Das war eigentlich doch richtig. Oh Mann, jetzt erwische ich die Höhe, aber es ist noch nicht die richtige Dings. Nein! Alles wird besser. Aber wie gesagt, die Zeit macht mir Sorge. Die Zeit macht mir Sorge. Wir sterben an der Zeit, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Nein! Es ist nur einer. Das reicht nicht, ne? Da krieg ich den Pfeil nicht durch. Da krieg ich den Pfeil nicht durch. Es reicht nicht. Ja, geil. Ich schaff's nicht. Ich schaff's in der Zeit nicht. Ist das scheiße. Ach Mann. Ich schaff's in der Zeit einfach nicht. Ich schaff's in der Zeit einfach nicht. Dann haben wir ja gleich nochmal 500 Sekunden, um es nochmal zu machen. Ja, so kann's halt nix werden, ne? Alter. Ja, brauch ich gar nicht weitermachen gerade. Ach, Mann. Witzig wär, wenn ich jetzt noch da durchtreffen würde. So in der letzten Sekunde. Aber das geht nicht. RIP. RIP. Ja. Ja, ja. So. 500 Sekunden dafür. Was ist so? Ah, ich weiß nicht. Ja. 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 Ich kann die aber auch nicht mehr. Ich krieg die da nicht. Wenn ich sie nicht durchwerfe, dann kann ich sie nachher nicht nachträglich da irgendwie. Ne, geht nicht. Das war eigentlich gut. Jetzt ist wieder einer offen. Okay. Der nützt ja aber nix. Ich brauch beide. Oder kann ich vielleicht? Oh, ii. Oh, boy. Das war risky. Okay. Wir hängen jetzt echt nur an diesem einen Raum. Es ist unglaublich. Und jetzt würde ich weiter probieren. Und er ist einfach hier einmal durchzuschießen irgendwie. Aber es wird nicht gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Menno. Ich frage mich, ob es da irgendwie eine Taktik gibt oder ob ich einfach Pech habe. Okay, danke. Oh, das hat lang genug gedauert. Das müssen wir jetzt nochmal machen, wenn ich beim Boss sterben sollte. Wenn ich jetzt bei diesem Boss, was auch immer ist für einer ist, sterben sollte, müssen wir das alles nochmal machen. Ach, müssen wir über die Manche kommen. Iiiiih! Ich glaub, das war jetzt nicht so gut. Ja, Zip. Da hab ich wohl keinen Power-Up mehr. Ich hab ich wohl keinen Power-Up mehr. Dieser Manche hier. Alter! Das ist ja unfassbar. Das ist jetzt aber pures Glück gewesen. Oh, nein! Hab ich's falsch? Hätte ich einfach nur... Ah, das wollte ich nicht. Aber hätte ich einfach nur die Bombe darüber schätzen müssen. Und die macht den Pau. Nein, ich komm da nicht hin. Ich muss den Sprung schaffen. Sehe ich das richtig? Oder kann ich hier irgendwas tun? Nee, ich muss einfach diesen Sprung... Sprung... Okay. So, Bausi. Eintreffer und es ist vorbei. Nein! Und er kann das. Rassierer! Why? Das Level war bis dahin echt schön. Und dann musstest du doch wieder... Den... Den Ruf machen. Ah! Das passt. Das hätte gepasst. Das passt nicht. Das passt. Ja, ich hab nur leider den Spruch nicht geschafft. Oh, jetzt wird es schnell da hängen. Das passt. Und hoch mit dir! Ja, das hätte gepasst, wenn ich's richtig getimed hätte. Und hoch mit dir. Ah! Ich... Ich... Timing. Oh, je... Scheiße. Oh, gut. Mum. Das war der erste. Das war zu bald. Das geht eh nicht hoch. Das Problem ist ja dann noch der Boss. Verdammt. Nein, es ist so nicht hochgeknüpft. Yes. So. Nein. Gah. God dang it. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Danke. Oh mein Gott. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich muss unbedingt springen, wenn er seine Kacke macht. Oh, Bomben muss ich machen. Die hinten direkt. Ah, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich habe es geschafft. Okay. Oh, ich bin so blöd, dass ich das mit Pfeilen gemacht habe. Oh, ich bin so doof. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Oh, ich bin ganz gut. Oh, ich bin so blöd. Oh mein Gott. Ich bin ganz gut. Oh nein. Mal Metroid. Danke fürs Zuschauen und tschüss.